Der Räuber Hotzenplotz. Was löst das Ihnen hinaus? Was verbinden Sie mit dem Räuber Hotzenplotz, so ganz persönlich? Na ganz persönlich, ich habe es als Kind vorgelesen bekommen, dann irgendwann tatsächlich den Film mit Gerd Fröbel gesehen als Räuber Hotzenplotz. Und ich muss gleich den großen Spagat zu heute machen, weil Niki Ovtjarek, der ja wirklich ein herausragender Mime ist, spielt den so zauberhaft, so fantastisch. Und es ist so ein toller Film geworden. Und ich dachte erst, als man mich gefragt hat, ob ich den Oberwachtmeister Dimpfelmoser geben darf, dass ich das fast nicht glauben kann. Mit so einem tollen Cast sind so tolle Leute dabei. Hier die Kriegeskorte und Christiane Paul und August Diehl. Also fantastisch. Es ist ja eine Räubergeschichte. Mal Hand aufs Herz. Haben Sie auch schon mal was geräubert, geklaut? Ja, als ganz kleines Kind habe ich mal, da war ich vielleicht, ich würde sagen fünf oder sechs, haben wir in Hamburg-Niendorf gewohnt. Und interessant ist auch folgendes. Und dort habe ich in einem Laden ein Kaugummi mitgenommen, als der Verkäufer nach hinten gegangen ist. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht aufgegessen habe. Es lag die ganze Zeit auf dem Tisch. Und dann habe ich es wieder zurückgebracht und da auch wieder unbemerkt wieder hingelegt. Also in dieses Fach da vorne. Das war so ein Holzfach. Und da waren so, ja. Das hätte Herrn Wachtmeister Dimpfelmoser gefallen. Aber genau, ja genau. Nee, also sonst eigentlich nicht. Noch nicht mal eine Idee geklaut. Ja. Was macht Ihren Beruf zu dem, was es ist? Vielleicht zu einem Traumberuf? Oha, na das ist ja jetzt eine Frage. Ja, absolut. Also ich bin wirklich froh und glücklich und dankbar, dass ich das machen kann, was ich mache. Ich sage jetzt auch mal, viel geschenkt worden ist mir vielleicht auch nicht unbedingt. Das ist alles hart erarbeitet. Und es hört sich jetzt vielleicht abgeschmackt an, aber ich wache tatsächlich jeden Tag auf und freue mich, dass es so ist. Und überlege mir auch immer was. Mir fällt jeden Tag irgendwas Neues ein. Ich will auch möglichst immer noch was Neues machen, weil nur dann bleibt man ja frisch. Und das fordert mich auch heraus. Und wie jetzt hier auch beim Hotzenplotz, diese Figur, so eine Figur habe ich noch nie gespielt. Und das ist toll. Vor allen Dingen eben mit so tollen anderen Kollegen zusammen. Ja, tolle. Was tun Sie denn dann für sich, um auch fit und gesund zu bleiben? Ach, gute Gedanken. Und kein Alkohol. Ich rauche nicht, sowas. Aber ehrlich gesagt, meine sportlichen Betätigungen sind nicht so, sie lassen zu wünschen übrig, sage ich mal so. Und ich habe ja früher Leistungssport getrieben in meiner Jugend. Aber wir wissen ja alle, je länger die Leistungen zurückliegen, desto besser werden sie. In der Erinnerung. Da könnte ich mehr machen. Und in Zeiten, in denen ich eben auch Tourneen gespielt habe, noch mit Texas Lightning. Und ich bin ja Schlagzeuger auch. Und das jetzt nicht so ganz amateurhaft, sondern das ist dann schon richtig Beruf auch. Und da kommt man auch körperlich gut in Bewegung. Das hat ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit. Aber naja, gute Gedanken muss man haben. Ja, das stimmt. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Oh, Otto. Otto Varkes. Schön. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wie werden Sie feiern? Ganz schlicht. Klein. Kleiner Kreis. Familie. Ja, gibt es besondere Traditionen? Irgendwas? Alles das, was andere Leute auch kennen. Aber in einem sehr, sehr, sehr zurückgenommenen. Ich mag nicht das ganze Tamtam und so. Und auch wenn im Oktober schon die Weihnachtsbeleuchtung hängt und man kaufen muss. Ich finde das so oder so nicht zeitgemäß. Im Augenblick gibt es wahrlich Menschen, denen es sehr, sehr viel schlechter geht. Und man sollte sich da mal durchaus zurücknehmen und besonders freuen, dass wir heute sowas hier machen können. Dass wir einen Film präsentieren können. Also das ist ja das Paradies. Dankeschön. Gerne.